Ich wollte dir mein Kleid zuerst zeigen, damit du die Farben weißt, also es sind auch diese Farben von den Mädels, sieht so aus, das Petticoat geht so auseinander. Okay, super, das ist dein Kleid? Genau, also ich weiß nicht, ob die Farben hier so stehen, wie das ist. Das steht dir sehr gut. Du bist eher hell, braun steht dir sehr gut, aber ich finde das mit dem Grün, Klasse ist auch dieses Jahr richtig Trend. Kräftige Farben, grün, blau, violett, also es kommt wirklich wieder kräftiges Augen-Make-up, wobei natürlich dieser Nude-Look, das ganz dezente, auch nach wie vor sehr aktuell ist. Und ich würde dich jetzt so ein bisschen eine Mischung schminken, die Lippen sehr dezent und die Augen, das würde ich super gerne betonen, mit einem schönen Braunton, mit Grün, ein bisschen Rosé rein. Und ja, schauen wir mal, oder? Wir beginnen jetzt am besten mit der Grundierung. Wichtig ist immer, dass die Haut makellos aussieht, dezentes Make-up, aber dafür wirklich perfekt aufgetragen. Das hat dann alles noch mit dem Puder fixiert. Also hast du wirklich einen richtig 24-Stunden-Weg-up-Krankzeit-Abend-Wertelicht-Party. Wie ist das bei den anderen Typen, Frühling, Sommer, Herbst, Winter? Da muss man ja auch darauf achten, welche Farben dazu passen. Genau. Es hängt von der Kleidung ab natürlich, die Haarfarbe spielt eine große Rolle. In dem Moment, wo ich die Haarfarbe ändere, brauche ich oft einmal auch eine andere Farbe, dass ich nicht zu blass rauskomme zum Beispiel. Gerade bei dunklen Haaren ist es wichtig, dass man dann einfach auch ein bisschen kräftiger schminkt, wie bei Blond. Also ich habe jetzt mit Dunkelbrauen gearbeitet. Rosé macht jetzt einen Übergang zu den Augenbrauen mit einem Aufheller, mit einem weißen Ton. Um das noch ein bisschen aufzuhellen, mal die Augen öffnen. Wieso aufhellen bei den Augenbrauen? Damit die Augen strahlender rauskommen, damit es mehr glänzt. Ich habe jetzt einen Augenbrauen gearbeitet. Man kann mit meinem Rouge ganz viel verändern. Man kann ein Gesicht verschmälen, verbreitern oder noch was wegschminken. Aber bei dir ist es wirklich ganz einfach aufzutragen. Auf dem Lippenstift noch Lipgloss als Finish für den richtigen Glanz. Könntest du mal bitte deine Haare aufmachen, dass wir so das Gesamtbild sehen? Und schon ist mein Make-up fertig.